Tandoori-Ofen selber bauen Ein Beitrag geschrieben und gesprochen von Dennis Deutschmann Erschienen auf www.derselbermacherblog.de Vor einiger Zeit hatte ich die Idee, einen indischen Tandoori-Ofen selber zu bauen. Der Tandoori-Ofen ist ein in Indien und auch anderen Ländern gebräuchlicher Straßenofen, der aus einfachsten Mitteln hergestellt werden kann. In dem Ofen kann man das bekannte Tandoori-Brot, auch Naanbrot genannt, und auch Fleischspieße wie Tandoori-Chicken usw. herstellen. Für Gemüse, Kartoffeln und andere leckere Sachen eignet der Ofen sich auch. Hier mein Schritt-für-Schritt-Bauplan Auf der Internetseite www.derselbermacherblog.de findet ihr auch Bilder zu diesem Beitrag, die den Bauplan Schritt-für-Schritt begleiten. Zunächst brauchte ich eine Art Tonne, die groß genug war für meine Ansprüche. Ich fand, während ich mit dem Auto unterwegs war, eine Firma, die Traktoren wartet und fragte dort nach einem leeren Ölfass. Dieses Fass musste ich nun noch gründlich reinigen. Dann habe ich es mit der Flex von seinem Deckel befreit und eine kleine Tür unten reingeschnitten. Die Tür habe ich mit Scharnieren angeschraubt. Hier kommt später Luft ins Fass und die Asche wieder heraus. Nun besorgte ich mir von meinem örtlichen Ofen- und Kaminbauer ein paar Schamottsteine. Ich stellte die Steine in ihre geplante Form, um genau auszumessen, wie hoch der Aufbau später im Fass sein muss, damit der obere Rand des Aufbaus genau mit dem Fassrand abschließt. Man braucht natürlich am Boden Schamottsteine und für den Brennraum. Der oben enger werdende Teil bildet ein großer Tontopf. Dieser muss aus wirklich echtem, gebrannten Ton bestehen. Der Topf, den ihr auf dem Bild im Blog zu sehen bekommt, war leider nicht ganz so dolle und ist mir später geplatzt, was aber nicht so schlimm ist, denn das funktioniert trotzdem. Der ganze Aufbau ist vom Durchmesser her kleiner als das Fass, das ist sehr wichtig. Der Zwischenraum wird noch benötigt und darf nicht zu klein sein. 5 cm vielleicht etwas mehr, das ist okay. Den Boden vom Tontopf sägt man mit einer Säge ab. Das ist zwar etwas mühsam, geht jedoch recht gut. Der Tontopfboden dient später als Deckel. Nun beginnt man damit, den Boden des Fasses mit einer Schicht Schamottsteine auszulegen. Man muss dringend darauf achten, dass der Boden die gleiche Höhe hat, wie die Unterkante der zuvor gesägten Tür. Um Höhenunterschiede auszugleichen, kann man normalen Sand ins Fass streuen. Dieser dient gleich als gutes Bett für die Schamottsteine. Die Lücken an den Rändern werden ebenfalls mit Quarzsand ausgefüllt, sodass der Boden dicht ist. Nun kommt der Schamottaufbau ins Fass. Dazu rührt man einen Tonmörtel aus Ton und Sand mit Wasser an. Ton in Pulverform gibt es ebenfalls beim Kaminbauer. Ich habe einen Sack gekauft und hatte hinterher noch massig übrig. Es gibt auch extra Schamottmörtel, entscheidet das bitte mit eurem Geldbeutel. Mit einer Kelle den gut durchgerührten Mörtel auf die Schamottsteine auftragen und den Aufbau so ins Fass einbringen. Die Fugen von innen danach gut mit dem Mörtel zuschmieren. Die Tür bleibt natürlich offen. Den Boden habe ich auch noch mit Tonmörtel bearbeitet, dass keine Fuge mehr zu sehen war. Nun habe ich den Zwischenraum zwischen Fass und Ofenraum mit Quarzsand ausgefüllt. Man kann hier auch andere Substrate nehmen, die gut Wärme speichern und feuerfest sind. Allzu grobkörnig darf es aber auch nicht sein, denn Luft ist ein schlechter Wärmeleiter. Wenn der Ofen einige Zeit, wer es vor Ungeduld aushält, gern ein paar Tage, getrocknet ist, ich habe in der Zwischenzeit die Trocknungsrisse immer wieder mit dem Pinsel nass gemacht und mit dem Finger verschmiert, darf der Ofen zum ersten Mal eingebrannt werden. Zum Einbrennen oder auch zum Anheizen später zunächst kleines Holz wie trockene Äste oder ähnliches wie zu einem Lagerfeuer im Brennraum aufbauen. Durch die Tür kann das Ganze dann entzündet werden. Der Ofen hat eine gute Kaminwirkung und brennt leicht los. Die Tür bleibt, während das Feuer an ist, immer offen. Ich habe herausgefunden, dass das Feuer wesentlich besser brennt, wenn ich auf dem Boden einen Gitterrost stelle. So kommt mehr Luft in den Brennraum und unter das Holz. Nach kurzer Zeit kann man schon große Feuerholzstücke reinwerfen. Ich werfe sie einfach durch das obere Loch. Klappt prima. Beim ersten Mal kann es sein, dass das Feuer noch nicht ganz so gut in Schwung kommt. Das liegt daran, dass der Quarzsand noch feucht ist und damit die ganze Energie durch die Feuchtigkeit absorbiert wird. Je länger man aber den Ofen richtig gut aufheizt, gern mehrere Stunden befeuern, desto schneller trocknet der Sand und das Feuer wird heißer. Ist der Sand einigermaßen trocken, ist der Ofen fertig und kann benutzt werden. Dazu feuert man den Ofen erstmal wieder so richtig gut an. Etwa zwei Stunden sind optimal. Ist der Ofen aufgeheizt, lässt man das Feuer runterbrennen. Wenn man mag, kann man sogar die Asche komplett rausnehmen. Ich mache das allerdings erst später. Wenn nur noch Glut da ist, schließt man die Tür und dann kann es losgehen. Ein besonderer Tipp ist folgender. Bei einem Eisen- und Werkzeughandel habe ich mir Edelstahlstangen schneiden lassen. Das hat mich nur ein paar Euro gekostet. Diese habe ich zu Hause noch angespitzt und mit schönen Holzgriffen versehen. Auf die Spieße kann man nun wunderbar Gemüse, also Tomaten, Zucchini, Paprika, Zwiebeln usw. spießen und in den Ofen stellen. Nicht zu tief mit dem Gemüse aufhören, sonst verbrennt es unten. Es hat sich als gut erwiesen, zuunterst immer eine kleine Kartoffel aufzuspießen, damit nichts in die Glut rutscht. Sind die Spieße im Ofen, kann man oben den Deckel aufsetzen, damit nicht zu viel Hitze entweicht. Der Sand hat jetzt so viel Hitze gespeichert, dass noch Stunden später viel Hitze im Ofen sein sollte. Voraussetzung, die Tür sollte zu sein. Man kann in die Öffnung auch noch einen losen Schamottstein stellen. Ein genial einfaches Rezept für Tandoori Chicken, also für die Spieße. Man nehme Hühnchenfleisch, zum Beispiel Brust, und schneidet es in dünne Streifen. Das Fleisch mariniert man nun in einer Mischung aus Joghurt und Tandoori Gewürz. Nicht zu wenig Gewürz nehmen. Mehrere Stunden oder sogar über Nacht. Mit Vakuum geht es etwas schneller. Ich habe hierzu einen extra Beitrag auf der Seite derselbermacherblog.de verfasst. Das Fleisch danach aus der Marinade nehmen, salzen und auf die Spieße aufspießen. Auch hier kann man wieder Zwiebeln, Tomaten und anderes Gemüse dazunehmen. Die Spieße sind im heißen Ofen innerhalb weniger Minuten gut durch. Das ist ein echter Spaß auf jeder Grillparty. Auch hier nehme ich wieder eine Kartoffel zum Abschluss auf den Spieß. Über Kommentare zu diesem Beitrag oder weitere Ideen und Vorschläge würde ich mich sehr freuen. Besucht dazu einfach meinen Blog unter www.derselbermacherblog.de Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Texte mit Speakstaff. Speakstaff verbindet Publisher mit Sprechern und sorgt für ausgeglichene Hörer. Eine Win-Win-Win-Situation. Mehr auf speakstaff.com Begrunner ... ... Untertitelung des ZDF, 2020